Herzlich Willkommen zu einem neuen Video im Vordergrund, das spiele ich mir aus der Tasse zu tun, denn ich habe gecheckt, wenn ich auf Kontrolle spiele, hört man mich nicht und wenn ich auf Stumm bin, muss ich erst mal meinen Ton aufchecken. Perfekt! So, jetzt, so gehen wir in den lauten Geräusch, ich muss mir den Stuhl so etwas nach einem Buch schieben und auch ich komme damit halt nicht klar, und welches Günstig? Nee. Schwer, Schwer, oder wir machen einfach random! Doch nicht. Äh, wenig, wenig Spaß. Sieht doch aus, wie wenige Trader stirfert, sie hat keine Farbe, wäre es ja, wenn ich Trader und nicht dieses, ich lege am Fuß. Ja, äh, halt nur, wisst ihr nicht, Spider-Man, Leute. Wir arbeiten noch mit dem Stil in Weiß. Weiß die Chips? Weiß das echt nice? Oh Gott! Wir werden Tilde Taus auf dem Panzerland, ja. Was sehen wir online ist? Der Anik spielt Rio, seit... ist er jetzt erwartet, Leute. Leute, das müssen wir entscheiden, der Anik. Ist der gerade live ohne mich? Das geht nicht. Okay, die ist der nicht. Nicht Spaß. Keine Ahnung, der... Was hab ich wissen, ob der Röhm... War zu... 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 Ich komme aus der Schweiz. Ich komme aus der Schwarz. War zu... War zu... War zu... War... Ist der... Ich wüsste... почему da hat Röhm... Entschuldigung... Ich wurde in denen... Ein... Was der maa... also... Ich versteh mich. Pervert... Ich sah es kann was Sch. Ich komme aus dem... Böse... Ich Palestri... Was auch so... Ich war auf die komplexen Spiel. Das habe ich... Ich war auf die drew... ein roblox video kann ja schon weiter raus jetzt kommt gleich ein vorteil hier raus also wenn ihr gerade so ihr seht bin ich erste geworden ein spaß ich bin viel spaß keine ahnung was ich stelle wollte ich so wirklich zuerst oder das ist alles gespeichert da ich gebe mein bestes das ding ist auf wasser zu tun habe ich jetzt die kontrolle verlor ich hab halt seit dem du noch mit kontrolle spiel ich soll vielleicht mich vorwarten dass ich irgendwann mal wieder das war mit wasser tastator spielen soll nur holz naja mit holz kann ich wenigstens bauen ich brauche jetzt erst mal ein jackpot weil dann können wir fliege ja natürlich hat es sich kurz gebackt leute und er tut den banken bei mir nicht jetzt gehen wir noch mal hier hoch ja ist perfekt es ist super super gut gekommen oh ja 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 mini ist immer da ist als auch b soll ich schon hier eben ich so ich gehe die wirung woanders holen oh mein gott auch mehr jetpads nur hoi ich tue jetzt einfach unter blut sich die leute ich die wett genießen ich bin zwar ich geht geht es nicht das heißt die botz doch schützt 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 war doch das ist die erste von fern das war noch die lange ist das war das nächste video das okay okay oh my god okay ist nichts besonderes weil die zwei kaste hier ich habe nur 3000 gold okay und das reicht auf jeden fall nicht so jetzt auch ein paar ein bisschen xp ich denke mal bei der waffe jetzt raus so dass man ein gegner von hinten kommt ich bereit bin und jetzt hier mal die kiste und wollen geht man eigentlich um die kiste da drunter ist auch noch was ich trinke dachte die erschrocken ist was wieso kriege ich mit der leute mein handy war die ganze zeit stummert ihr habt nix gut ja nix gefurte nix gefurte ich hab nix immer noch nix immer noch nix immer noch nix immer noch nix nix ja nie etwas gibt okay ich will das so den schluss und dann kann ich noch drinnen holen ich weiß warum ich ne pump kommt es gibt zwei seltener hihihi ich war oh shit is da die seine neue waffe da die unendlich viel schuss hat die finde ich irgendwie nice aber irgendwie nicht weil die so ungenau schließt so ich schieße jetzt genau da immer natürlich viel schluss und noch 30 schalte eigentlich ist die ganze ja ich würde ich behaupten ist die schon ein bisschen op weil ihr zu keine schlüsse da ihr braucht doch keine genau so ist es heute dies op und wenn jemand sagt dies scheiße weil die nicht genau 10 ihr könnt auch nicht nicht genau 10 ich muss zu dir zu leid die mann sind die guten zeiten mit der mit der ein war für die leute schockt hinterher um dies um mich auch zu oft nicht nur so nix genauer leute holen wir wollen schon das feuer an weil ich bock drauf okay jetzt mal ein mediker das boom also dachte ich gehe da drauf auf dem feier das ist ja schon ich dachte dir dachte dir dachte dir ne aber ok ein auto damit fahren wir nach kräftig schweißen ich weiß also so wackeliert lädiger wackel eine beliebte zahnstelle ich würde sagen wir fallen jetzt einfach irgendwie rum irgendwo bio barm jungen und hier bitte dort die hunde wäre so gut gewesen warte ich kann auch was und das hat mich spielen sorry sobald ich mit kontrolle spiele kürzen mich ja nicht mehr ich werde es noch üben versprungen für die nächsten folgen werde ich noch ciao